Ja, also ich bin Birgit, bin 44 Jahre, bin jetzt 43 Jahre als Beifahrer immer mitgefahren und seitdem ich Conny kenne, fahre ich selbst Auto mit einem Vierwege-Joystick, also das heißt, Gas, Bremse, Lenkung hängt an meiner rechten Hand und damit bewege ich das Auto vorwärts. Eine ganz tolle Freiheit eröffnet sich mir, weil ich jetzt nicht mehr auf Bus und Bahn angewiesen bin, auf keine Fahrpläne mehr, keine Verspätungen, ich kann wann und wohin ich will ganz alleine fahren. Das ist einfach total kross und krass und ich rocke jetzt die Straße.